Hallo Leute, Willkommen zurück zu Deinshotzock DeinCraft hier auf der CityBuild. Mal gucken, so. Ich hab immer noch den blöden Skin, ist mir jetzt egal, weil ich hier weiterkommen will und jetzt keinen Bock habe, Minecraft neu zu starten. So, wir machen jetzt hier mal eben die... Ja, komm, machen wir das so und... Habe ich ja jetzt... War das jetzt eigentlich eine unendliche Wasserquelle? Es war eine. Das ist schon mal true. Einfach nur. So, damit das hier noch was anderes gibt. Natürlich hier noch so ein paar Fackeln. Die sind irgendwie ein bisschen blöd platziert da an der Stelle. So, egal. So, ich muss mal runter, ey. Wir müssen uns mal irgendwie überlegen. Hallo? Hallo? Was steht denn schon wieder so nah an der Tür? Das ist verdächtig. Und zwar mach ich einen... Könnte ich den Schreibtisch aus Glasblöcken machen? Was doof ist, dass du den echt so fett machen musst, ne? Hey, warte mal. Es gibt doch hier schwarz gebrannter Ton. Ich habe in echt auch einen schwarzen. Nehmen wir jetzt einen schwarzen. Aber man könnte auch so einen schwarzen Dings als Bildschirm nehmen. Alter, will ich mich nicht auskäsen, ne? Auf jeden Fall will ich... Was nehme ich denn für einen Stuhl? Was soll ich denn da mal für Holz nehmen? Ich nehme mal da doch mal das Helle. Ich bin eigentlich nicht so ein Fan von dem hellen Eichenholz. Ich mag eigentlich immer so dunkleres Holz eher. Was ist denn los? Moment, warte mal. Wir sparen uns eine Etage wenigstens. Ein Zimmer mieten. Wie lange? Mein Gott. Schlimm ist das. Zwei Tage. So. Wir sind hier nicht bei Wünscht. Der war's. Geht das nicht... Ging das mal so hier? Ne, ne? Ging mal nicht. Haha. So ein fetter Sessel. So, und wenn man jetzt sagt... Man macht hier so... Zack. So einen Notenblock da rein. Ja, so. Das ist dann der PC. Ah, sieht irgendwie ein bisschen doof aus. Aber... Aber... Ne. Da ist ein Getränk. Und hier dann so eine Maus. Er weiß es nicht. Was ich eigentlich immer gerne mache, ist das hier bei diesen Tischen. sieht dann noch mal nobler aus. An meinem Gras-Shop. Oh ja, der war jetzt nicht so... voll. Und hier habe ich keine Workbench. Volumen nicht. Wie sieht die denn aus? Moment, ist das vielleicht... Bringt die es vielleicht sogar mehr als Bildschirm? Oh, lecker mio. Lass das mal so. Das passt doch. Gar nicht mal so dumm aus. Nur, dass die hier unten keine Verstrebung mehr hat. Wie hier. Der Notenblock. Der Notenblock ist auch 3D. Es gibt es, glaube ich, auch als Texture-Pack für die. Aber... Ich weiß nicht, ob es das für diese Version hier gibt. Das mache ich mal zu. Äh, ja. So. Moment, mach mal da hin. Danger! Äh, nee. Zockt. So läuft das. Müsste mal noch so eine... Ah, finde ich okay. Das kann man so lassen. Auf jeden Fall noch eine Maus. Äh, ich habe doch hier einen Stein. So, das ist die Computer-Maus. Ah, das ist doof. Die Richtung passt nicht. Ersetzt es immer so. Was machst du in diesem Video, Danger? Schau es dir an, wenn es oben ist. Schade, dass du die jetzt nicht so quer nimmst, ne? So wie eine... Ach, egal. Ja, komm. So, Begeber. Einen Kleiderschrank haben wir hier. Dann... Notenblock. Einen Plattenspieler. Das kommt dann hier alles dran. Da kommt dann auch mal eine Plattensammlung endlich hier hoch. Und ich brauche für mein Zimmer noch echt Banner. Ohne Ende. Weil das ist ein bisschen trist so. Teppich. Dekorieren. Das kommt dann später auch noch alles, ey. Wow. Aber wir haben es ja bald geschafft. So, hier machen wir eine richtige DJ-Anlage hin. Wie ging denn eigentlich so ein Mischpult... So ein Mischpult sah schon so ein... Nicht Notenblock hier. Oh. Schade. Ich habe nicht mehr genug. Na sag schon. So ein Plattenspieler. Wie gehen die denn? Also, das fällt mir gerade echt nicht ein. Wie es nichts mehr auslöst jetzt, ne? Oh. Gehen die wenigstens anders, dass das rote Licht vorne ist? Das wäre cool. Leider nicht. Ja. Und... Also, genau. Plattenspieler kommen dann noch rein. Banner und... Äh... Moment. Jetzt geht es um Teppich, ey. Oh, das ist ja viel hier. Oh. Ich weiß gar nicht, was ich so machen soll. Ich habe eben nicht viel Auswahl. Das... Das... Braun... Braun... Schwarz hätte ich ja noch ein bisschen was. Ja, komm, braun nehme ich auch mal mit. Ich habe hier auch einen braun. So ein braun, äh... Fluss... Ja, so ein... Wie nennt man die eigentlich? Die sind doch mega weich. Als Couch-Teppich. Ja, da könnte man hier noch ein bisschen roten Teppich verlegen. Hier muss auch noch Teppich drum irgendwie. Aber ich glaube, das geht nicht wegen dem Block. Ne, geht nicht. Geht erst hier. Dann kommt hier eben nur ein roter Teppich. Hier so als Läufer. Genauso wie hier oben. Ah, das sieht doch doof aus, ey. Das sieht doof aus. Na, blau will ich nicht, weil die Decke schon blau ist hier. Oder ins Bett. Passte alles nicht. Ja, wenigstens noch eine dritte Reihe wäre, weißt du? Dass man erkennt, dass das so ein, äh... Teppich, also neben dem Bett ist. Hier auch hier dranhängen. Jetzt gehen die Experimente los hier. Ah, okay. Kann man sich dann noch trotzdem draufsetzen? Ne, dann geht es nicht mehr. Nur so. Da unten geht ja auch nichts mehr rein. Weil die Schilder schon sind. Warte mal. Wir machen das mal anders. Und zwar... Oh, es geht leider nicht besser. Liegt da ran. So. Ah, da komme ich auch schon nicht mehr dran. Warte mal. Oder machen einfach nur Karo-Muster hier hin. So hier, wie wir das von unten haben. Äh, ich glaube noch einen. Ich glaube, gelb wird dazu jetzt nicht reichen, oder? Boah, ist das krass. Voll bunt. Voll bunt. Ich meine, das ist ja hier... Alter. Die Schere will ich haben, bitte. Komm mit der neuen Maus. Echt noch nicht klar, so. Und wie finde ich ihn ein bisschen zu groß? Das kann man auf jeden Fall so lassen. So, da kommt dann eben noch mein Mischpult rein. Hier noch irgendein Bild. Ähm. Man macht hier eine Zweierkiste hin mit den Platten. Jo, das ist eine gute Idee. Ich glaube, die hole ich mal auch eben noch. Wobei mein Inventar so mega voll ist. Egal, das leere ich jetzt alles aus. Höh. Ja. Schwarze Wolle. Hier, hellblauer Ton. Boah, das Haus ist fast fertig, ne? Jetzt kommt echt nur noch so der Kleinkram. Dekorieren. Oh. Der gehört da nicht rein. Dekorieren ist so doof. Notenblock passt. Truhe. Wird's eh. Der andere. Oh. Das war der falsche Stein. Bruchstein. Und hier muss der Cobblestone rein. Holz. Packen wir auch den Kürbis da mit rein. So, hier geht's weiter mit Farbe und Wolle. Die Steindruckplatte. Die Steindruckplatte. Mein Bogen, den kann ich demnächst auch mal reparieren. So, der kommt da hin. So, der kommt da hin. Oh, das Eisen. Warte mal, das Eisen behalte ich selber. Ich muss ja nicht immer alles gleich verkaufen. Brauche ich ja eh dann demnächst. So. Die Plattenkiste war diese hier. Da ist noch ein Lava-Eimer drin. Ich packe den dann jetzt erstmal mit hier rein. Boah. WG. Für Wohnung. Nicht für Wohngemeinschaft. Oh, Nachbar. Wenn es denn der Nachbar ist. Und nicht jemand, der sich da irgendwie aufs Dach stehlen will. Und von da dann mein Haus. Übers Dach halt. Leute, die Party rückt immer näher. Da gibt es ja eigentlich irgendwelche coolen Spiele, die man da machen könnte. Jetzt ohne, dass man da irgendein Plugin braucht. Ich meine, man könnte ein bisschen was machen mit diesem neuen Dine Protect. Da kann man ja auch Truhe... Ach nee, eigentlich würde ich gar nicht so viel Aufwand machen. Wird dann nur Mist. Und dann bist du hier ständig am Machen. Da ist gar kein Fun dabei. Eigentlich auch nur hier die Community im Haus haben. Reicht schon. Oder ihr habt noch irgendwelche coole Ideen, die jetzt von der Umsetzung nicht so... Also was machbar wäre. Gibt auf jeden Fall eine Menge zu trinken. Und zu knabbern. Ja, finde ich ganz cool. Das kann man doch so lassen. So ein DJ-Pult wird dann unten sowieso aufgebaut. Ich habe nur eine kleine Überraschung. Und zwar eine Base Machine. Und hier muss ich ja eigentlich nur noch das verkleiden. Denn auch hier oben ist mittlerweile alles soweit fertig. Ich bin erst mal raus hier. Ich danke fürs Einschalten. Bewerten nicht vergessen. Und haltet immer Ausschau. Die Ankündigung zur Party kommt irgendwann hier in den Parts. Wenn es dann soweit ist. Und wir sehen uns im nächsten Part. Und hau drin. Bis dahin. Tschüss.